so haben wir die musik lauter ach wir sind jetzt hier über ein dorf so schauen kann ich hier irgendwo nein so geht es noch weiter rauf gut super finde ich toll für einen jungen Mann aber ich habe gedacht es war ein guter Platz zu schlafen wenn du alleine zu sein willst ich glaube da hat er recht okay wir sind oben warum sollten wir hier rauf hier oben ist nichts ach wir sollen da rüber glaube ich okay wo jetzt hin da rauf okay alter 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 oh gott oh gott oh gott alter was denn da los hier sag mal ah i always thought it was strange that no one here remember being young there is no history from us maybe it's like you say we are strange shouldn't exist but i know you care about us because you will help us find him i liked him and i like you too come on i'ma show you where beauty bear went don't move when the eye looks at you that's the only thing we know about this game and tell him i said hello okay wir sollen uns nicht bewegen wenn die augen ach gott na das war dumm so hallo wir sollen uns nicht bewegen wenn die augen zu uns schauen ich mich gerade erschreckt hab ich mich gerade erschreckt hab alter ist ja gruselig ich hoffe dass wir kein monster hier so schnell finden gut das frage ich mich auch gut das frage ich mich auch gut war der wahnsinnig halt da da war wirklich wahnsinnig der war wirklich wahnsinnig Ein Baum. Ich dachte gerade, das da drüben ist ein Auge. Darf ich mich wieder bewegen? Ich will mich nicht umdrehen. Oh Gott. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Ich glaube, da sollten wir nicht rein. Okay. Hier könnten alles Augen sein. Nein! 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 Gott! Ich mag das Spiel nicht mehr spielen. Muss ich da rüber? Ja, muss ich. Nein! Gott! Warum haben die mit Monstern angefangen? Jetzt mal ehrlich. Ich denke mal, darunter sollen wir noch immer nicht. Hier. Mineralien. Toll. Nein! 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 Komm! Komm! Nein! Soll ich hier rein? Soll ich hier rein? Okay. Ich denke mal, so hätte man das Licht nicht lösen sollen. Aber wenn das Spiel mir die Möglichkeit gibt, dann nutze ich die auch. Wolang? Ich glaube, hier ist falsch. Halleluja. Warum ist das Bildschirm auf der linken Seite gelb? Scheiße. Ah! Speichern. Warum ist das auf der... Okay, die Atmosphäre hier ist aber mal, das Spiel an sich ist überhaupt nicht gruselig, aber die Atmosphäre? Nein, nein. Alter, ich hätte nie gedacht, dass sich das Spiel so entwickelt. Okay, da unten sind wieder solche komischen Dinge. Ich denke mal, wir kommen unserem Onkel ziemlich nah. Da oben. Aber ich will doch da forschen. Seiner Einstock war ein bisschen größer wie unserer. Ich mache einen großen Punkt rein. Ist ja toll, dass das Spiel zum Leggen bringt. So, jetzt sollen wir da rauf. Und anscheinend da rüber. Sind wir? Wir sind im Schwarzen. Gut. Okay. Okay. Alles gut. Darauf müssen wir dann. Jetzt hier drauf. Okay. Wanns da? Wanns da? Ja jetzt mach noch gruseliger. Natürlich. Es will mal mehr. Hier, wo muss ich hin? Äh, kann sein, dass ich da rüber muss? Wo muss ich jetzt hin? Ist hier irgendwas von meinem Onkel? Wer ist hier? Was ist das Helle? Darf ich mich wieder bewegen? Ich will die Maustaste jetzt nicht auslassen. Ich habe eine Idee. Ich stelle mal kurz den Ton ein bisschen leiser. Das ist eine gute Idee. Ist mir jetzt egal. Was war das? Ah! Das ist das Auge also. Oh Gott! Wenn das Auge aufmacht, darf ich mich nicht bewegen. Das ist das Auge aufmacht. Das ist das Auge aufmacht. Das ist das Auge aufmacht. Das Auge aufmacht. Das Auge aufmacht.